Wollt ihr ihn sehen? Heiliger Herr im Himmel! Er ist doch nicht ernsthaft aus deinem Arsch gekrochen! Oh doch, das ist er. Und er hat nicht mal Risse. Das ist ein solider Haufen. Jesus! Ist er ein wenig größer als der von deinem Bruder, Gerald? Er ist nicht von dieser Welt. Hast du schon die Leute vom Guinness Buch der Rekorde angerufen, Randy? Er ist ein wenig größer als der Rekorde.